Tanja Tschevchenko zieht mit ihrer Familie nach Dubai. Die einstige Eiskunstläuferin ist schon seit mehr als zehn Jahren mit ihrem liebsten Norman zusammen. Gemeinsam mit ihren drei Kids lebt das Paar in einem Haus in Köln. Doch das soll sich jetzt ändern. Wie die 45-Jährige jetzt verrät, wandert sie schon bald mit ihrer Familie aus. Es geht nach Dubai für uns. Wir ziehen tatsächlich nach Dubai. Also alle Dinge sind in die Wege geleitet. Das ist total krass. Und wir freuen uns total auf dieses riesige Projekt. Für den Umzug gibt es zahlreiche Gründe, erklären die dreifachen Eltern. Vor allem wollen sie sich aber beruflich und kreativ weiterentwickeln und auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das Arabische Emirat ist dafür laut des Familienvaters ideal. Da ist ein riesen Potenzial an Dingen, die man dort machen kann und die man sich einfach jetzt aufbauen kann. Tanja und ihre Familie planen jetzt den großen Umzug und freuen sich auch schon total auf den neuen Lebensabschnitt in Dubai.